Normalerweise schauen wir ja an dieser Stelle immer gemeinsam auf die Konjunkturdaten des folgenden Börsentages. Heute fällt dieser Ausblick sehr, sehr knapp aus, denn in den Vereinigten Staaten von Amerika feiert man den Unabhängigkeitstag. Deswegen bleiben die US-Börsen geschlossen und deswegen kommen von Übersee auch kaum oder gar keine Konjunkturdaten. Lediglich hier aus Deutschland gibt es einen interessanten Datensatz und zwar um 8 Uhr bereits den Auftragseingang aus der Industrie für den Monat Mai. Hier werden die Börsianer natürlich ganz genau hinschauen. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen an dieser Stelle wenigstens nochmal die allerwichtigsten Daten dieses Superdonnerstags zusammenfassen. Erster entscheidender Fakt, die Europäische Zentralbank belässt ihren Leitzins wie erwartet auf dem Rekordniveau von 0,15 Prozent. Der Zins wurde ja erst vor einem Monat so weit nach unten gesenkt. Und dann haben wir hervorragende Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt bekommen. Die waren deutlich besser als erwartet. So zum Beispiel die 288.000 Stellen. Von denen waren die Börsianer doch sehr positiv überrascht. Denn Analysten hatten nur 211.000 neu geschaffene Jobs erwartet. Außerdem wurde die Zahl des Stellenaufbaus für die Monate April und Mai um insgesamt 29.000 nach oben korrigiert. Also da lief es auch schon besser als bisher gedacht. Außerdem ist die Arbeitslosenquote auf 6,1 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit September 2008 gesunken. Recht gut ist, dass die Löhne nur mäßig steigen, nämlich aktuell weiterhin um 0,2 Prozent. Denn genau diesen Datensatz muss man ganz genau im Auge behalten. Würden die Löhne und die Dynamik der Lohnsteigerungen zu deutlich zulegen, würde von dieser Seite wieder Inflationsdruck aufkommen. Und dann würden viele schon wieder darüber sprechen, ob denn die Zentralbank in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Notenbank FED, die Zinsen dort nicht sogar früher anheben könnte, als man das im Moment noch glaubt. Also dieses Thema wird uns natürlich weiterhin beschäftigen. Wichtig war, dass der gute Arbeitsmarktbericht in Amerika den US-Dollar stärkte. Der Euro ist umgekehrt auf 1,36 Dollar gefallen. Das war eine ziemlich starke, heftige, deutliche Bewegung. Und gleichzeitig kletterte der deutsche Aktienindex wieder über die historisch, historisch sowieso, aber auch magische Marke von 10.000 Punkten, nämlich auf einen Tageshöchstkurs von derzeit 10.021 Zähler. Und damit lag der DAX um 109 Punkte über seinem Schlusskurs vom Mittwoch.